ich liebe mini alben gefaltet und gestaltet mit text und bild gefüllt schöne momente festhalten finde ich eine tolle sache in der adventszeit geht das ganz besonders in einem adventsjournal oder in einem dezember tagebuch heute zeige ich dafür eine anleitung gebastelt aus brief umschlägen und grußkarten in a6 format mit viel platz für fotos und texte sogar kleine einsteck fächer kannst du darin finden so kannst du gut vorbereitet in die adventszeit starten und deine schönsten momente und erinnerungen festhalten also bleibt dran und schaue unbedingt zu wie mein adventsjournal entsteht hallo und herzlich willkommen in meiner kreativwerkstatt schön dass du dabei bist ich bin angela von der stempel familie und es ist wieder so weit kreativität verbindet in unserem heute heutigen video hop von stempel familie und friends zeigen wir euch insgesamt fünf ideen mit dem kreativ set in weihnachtsstimmung wir das sind annalena im traut karin merle und ich die wunderschönen ideen der anderen kreativen mädels findet ihr am ende des videos und in der beschreibung unter dem video habe ich sie noch mal in der playlist für euch verlinkt dann könnt ihr euch der reihe nach die schönen ideen ansehen es gibt karten verpackung und mein mini mein adventsjournal ich habe mich für das tagebuch entschieden weil ich das einfach mag und umschläge mal zusammen mit den karten zu gestalten habe ich noch nicht gemacht ein album aus mini umschlägen also auch aus brief umschlägen habe ich schon gemacht in allen größen auch hier dieses album einfach aus verschiedenen blättern die ich aneinander gesetzt habe vom letzten jahr auch kein thema aber diesmal wird also kombiniert ich habe dafür verwendet acht umschläge und neun großkarten im ganzen und die restlichen karten insgesamt sind zwölf karten in diesem tollen kreativ set drin werde ich dann später noch zu großkarten verschiedene art fertig basteln ok es geht los ich habe schon ein bisschen was vorbereitet weil ich mir dachte du wirst hier nicht stundenlang sehen wie ich immer wieder das gleiche tour ich zeige dir schon mal ich habe verwendet das stempel set alpha best mit der dazugehörigen stanze für dieses kleine mini etikett und du siehst hier oben ist zum beispiel einfach das ist noch ein extra sonderfach das würde ich vielleicht nicht immer machen aber es funktioniert auch da oben einfach anzubringen die umschläge lassen sich hier an der seite die stücken mit papieren blättern vielleicht auch kleinen stern die man reinstecken kann ja und so kannst du durch das album blättern hier dachte ich kann man gut fotos aufkleben natürlich wieder mit weißen textfeldern arbeiten muss man nicht das ist eine leere seite wo entweder platz für den tag noch ist oder wo man einfach eine zwischengestaltung macht und auch hier hinten hin als hintergrund für ein foto finde ich das eine coole idee so blättern wir um hier durch und du siehst schon ergibt sich acht umschläge weil ich mit umschlag und karte zusammen immer auf drei flächen kommen du könntest es sogar noch einkürzen auf vier flächen kürzt natürlich auch zwölf umschläge nehmen wenn du mir zu schreiben hast kein thema du siehst einfach alles aneinander gesetzt und wie das wirklich praktisch läuft das zeige ich dir jetzt ich nehme meinen papier schneider weil er macht sich da immer am leichtesten und einen dieser umschläge ich habe die karten ausgemessen und die umschläge in diesem set in diesem kreativ set die umschläge sind 14,9 x 11,2 zentimeter und ich schneide einfach zwei zentimeter zwei millimeter hier drüben ab das war ein schöner versprecher zwei millimeter gerade hier drüben ab wenn du da schwierigkeiten hast weil das ist ja anderes papier als wir sonst schneiden das ist etwas grüner und doppelt setze ich meine klinge mit drauf und ziehe sie nach oben und unten dann passt das wunderbar ist gerade abgeschnitten okay was mache ich noch ich falze dieses element nach vorne gut und du siehst schon ich setze einfach aneinander ich könnte das hinten zu kleben muss ich aber nicht ich lasse das in dem fall offen weil ich bei mir ein rücken anbringer flexibel beweglich zeige ich dir gleich habe ich schon auch schon ein paar mal gemacht so jetzt könnte ich das da einfach an lecken mag ich aber nicht so also gehe ich wieder auf doppelseitiges abreißklebeband und setzt das hier so mal über die spitze zieht das ab und so habe ich das mit allen umschlägen gemacht ich habe die immer wieder nach dem gleichen prinzip aufeinander gesetzt am bund hinten angelegt und gerade vorne runter gefaltet angedrückt und dann sitzt er hier schon fest könntest du also auch so lassen war ja das was ich sagte du könntest auch aus zwölf umschlägen machen und die karten ganz anders verwenden ich setze jetzt hier aber eine karte rein die karte habe ich gelassen wie sie ist in der größe du siehst schon wird einfach hier reingeschoben so dass ich an den rändern zeig dir das noch mal hier habe ich bin nicht in der mitte weil das finde ich ja so wie ein buch sich eigentlich faltet das ja eigentlich eine bindung drin aber da haben wir hier natürlich einige türk also eine einfach geschummelt jetzt doppelseitiges abreißklebeband auftragen ich habe hier aber gerade einen fehler gemacht sehe ich vorne an brauchen wir die seite nicht mehr die lasse ich aber weil ich das mag für den advent also bei mir ist mein album hat einen schlag mehr ich gehe noch mal nach hinten und wiederhole die sache hole noch einen umschlag aus meiner kiste beziehungsweise aus der zweiten kiste dann öffne ich sie doch jetzt mal und ich eigentlich in einem nächsten video machen zeige ich dann auch noch das hier mal schnell auf du siehst das ist immer schön jetzt nicht viel ich zeige das später komplett aber ich ziehe mir hier noch mal einen umschlag aus eine extra seite angebracht noch schon wieder verquatscht hat genau also wir nehmen das noch haben wir halten das noch nur wir schneiden genau zwei millimeter ab wegen das beiseite setzen das hier drauf mal gucken dass die falls hier sauber ist zwei millimeter schön gerade in der mitte drauf abschneiden und fertig ist das und wiederholung umdrehen das ist vorne und das hinten also so um falten und so da ansetzen und dann haben wir das max ist ja wenn ich das wiederhole da schlimmer hätte es kommen können wenn ich alle seiten jetzt komplett geklebt hätte aber so zeige ich das einfach noch mal und vorne ist auch dieses jahr wieder so dass der erste advent im november ist und das heißt ich kann da durchaus für den ersten advent schon mal eine startseite vorne vor dem ersten dezember denn der ist hier und dann kommt hier vorne einfach mein erst so das haben wir jetzt ist das hinten rückseite hier waren wir also schon bekommen seite 18 seite 19 und hier kommt jetzt unsere karte rein hier habe ich damit ich noch notfalls ein extra fach hätte wenn ich noch was zum einstecken hätte links und unten und rechts doppelseitiges abreißklebeband auf die grüne seite gebracht weil ich möchte das grünen außen haben hat ja schon gesagt da finde ich könnten meine fotos gut drauf aussehen könntest du auch hier wieder andersrum machen und auf das grün verzichten das ist übrigens loden grün sowieso eins meiner favoriten grünen setze ich also hier hinten dran und da entweder schiebst du es so rum ein dass du genau an den knick kommst also wichtig ist dass es nicht drüber ist und wichtig ist dass die mattung reihum steht und dann einfach rein damit grund zugefaltet und schon sitzt unsere seite fest hier oben schon gesagt wäre genau die menge um dieses papier rein zu schieben und hier in die seiten umschläge habe ich noch mal zugeschnitten und da würde ich mal sagen das mach mal so wie du dir das denkst du siehst ja die umschläge maß habe ich schon gesagt ich habe es etwas kürzer gemacht damit ich aus einem blatt vier elemente raus kriegt genau das misst ihr aus also habe ich 10,5 x 13,5 glaube ich oder meistens mal 14 genommen genau damit ich das gut einsetzen kann ja und dann setze ich hier weiter an meine seite seite 18 hier unten seite 19 je nachdem womit ich das kleben möchte und was ich hier schon mal ausgestanzt habe meine weiteren zahlen mal sehen ob da noch was da ist sonst muss ich auch schon wieder nacharbeiten hätten noch eine 1 und wir haben auch einen neuen und die setzen wir einfach da unten ganz einfache sache du könntest natürlich da diese wunderschöne zitrone auch leer lassen wenn du dir sagst sie brauchst du unbedingt dann die möchtest du sehen dann bleibt die frei in dem set sind noch mehr kleine elemente das zeige ich dir jetzt gleich wenn ich auch schon bei meinem umschlag bin ja seite 19 hier kennen die 20 drauf kleben wir noch schnell wir haben es ja und die restlichen später weil das ist wieder so eine arbeit die muss man nicht angucken könntest das auch später rein kleben du könntest die zahl auch integrieren oder du könntest oben mit einem stift dann auf dein weißes feld was eventuell aufbringt die 20 schreiben den punkt dazu setzen es ist ja der 20 macht das wie du magst hier die 21 19 20 21 22 und dann kriegen wir noch ein element hinten dran für die letzte seite genau so und ich zeige jetzt wie ich den umschlag gestaltet habe ich mir zugeschnitten größer als wenn ich fünf millimeter größer und dann bei 11,8 x 15,4 ja gut gerechnet eine mattung oben drauf dann bin ich wieder fünf millimeter kleiner also genauso groß wie die umschläge sind nämlich 14,9 x 11,2 zentimeter das setzt sich hier drauf und dann habe ich aus einer kartenfront hier hier dieses motiv einfach abgeschnitten und mit den elementen die in dem paket drin sind die kleinere aufkleber damit habe ich dann das gestaltet und habe mir gesagt außen drauf mache ich gar nicht so viel mit abstands klebepunkten die sind auch in dem set drin aber ich möchte dass das schön plan liegt damit ich dann gar nicht so dran hängen bleiben in meinem schlag dann hatte ich mir auch schöne schrift überlegt die ist natürlich weggesprungen wenn du sie siehst muss sie von mir in dem umschlag sind solche kleinen textfelder kann man einfach so ausbrechen und kommen sie ausbrechen außerdem ist ein kleines stempel kissen blut orange drin das hat eine andere qualität als unsere tollen stempel abstempel kissen sonst aber ist auch gut zu stempeln also funktioniert schon es ist nicht so dass nicht aber ich nehme jetzt hier mal wieder mein großes aber das kleine ist in jedem fall ein schöner ausprobiergrund für diese stempel farbe und wie gesagt das wissen ist so auch zu benutzen für kleine elemente so ich mache auf mein album den text hurra ist weihnachtet sehr ich wollte da draußen gar nicht groß so von wegen adventsjournal weihnachtsjournal dezember tagebuch was auch immer schreiben sondern ich wollte das einfach ein bisschen neutrale halten so wie ich vielleicht auch eine karte gestalten würde und das setze ich jetzt hier vorne drauf so ein bisschen weil ich mir gedacht habe hier sind noch so ein paar zimtsterne die kommen hier noch so dazu könnte auch halbieren aber ich setze sie mal so obendrauf genau das wäre meine gestaltung ja und du hast schon gemerkt ich habe mich mit den seiten verzählt ich muss dann noch einmal nachzählen genau und werde das noch so ergänzen dass ich auf 24 seiten kommen da ist meine mathematik irgendwie hängen geblieben aber ich will das jetzt nicht stundenlang vor und zurück zählen wird langfällt ja auch okay ich zeige das jetzt aber wie ich das klebe und zwar setze ich das so zusammen nehme jetzt mein buchrücken element und setze es hier an ersetzt sich links und rechts einen klebestreifen drauf von diesen etwa dass ich mir ein planer einen zentimeter zum kleben und dann bleibt die restliche fläche bei drei bis vier zentimeter je nachdem wie hoch dein buchrücken ist messt ihr das aus und denke dran du willst es gefühlen es hat also so ein leichten ziehharmonika effekt hier hinten ja nicht dass du dann nachher nicht genug platz hast so und dann schiebe ich das hier vorne ganz klar an die kante kann ich gleich mal das oder neben machen setzt das legt das hier hin wir haben für das schöne raster hast du auf deinem papier überall hier auch einen zentimeter und setze jetzt mal ein deckblatt in einem rücken drauf den buch rücken und setze ihn daran gut verklebt genau dann wird es um gefaltet dann könnte ich das hier schon mal an kleben und hier hinten auch aber du weißt ja ich will mit der seite noch gestalten also machen wir uns mal folgenden mut wir machen das so dass wir die hülle noch nicht fest haben mache ich also fehlt später wenn mein buch dann komplett ist will ich es ja auch überall zeigen und hier die gleiche sache ein zentimeter und jetzt klebe ich das mal so wie rum ist ja nun wirklich egal liebe es wieder an auf dem einen zentimeter den abmessen kann schaue dass es gerade ist und dann ist dann kommt mit das schön verbunden ist hier vorne mein titel das weiße ja wenn ich eine karte gestalten würde würde ich also wirklich mehr mehr auf abstand gehen mehr auf 3d effekte aber wie gesagt hier beim buch soll das ja auch vielleicht neben einem anderen im schrank drin stehen und dann ist blöd wenn beim ausziehen immer alles hängen bleibt wenn du wolltest könntest du dir natürlich noch das bändchen anbringen aber ich gehe jetzt auch mal davon weg überall bändchen anzubringen weil später hält das auch so zu und hält alle geheimnisse in sich drin bist du ein fan von adventsjournalen dezember tagebücher schreibt mir das doch gerne mal in die kommentare ich mag das schon gibt aber zu dass ich das oftmals nicht bis zum 24 durchhalte gut fertigzustellen also regelmäßig einzuschreiben schreibt in andere sachen durchaus regelmäßig rein aber da eben okay und dann wird das ganze nur noch zusammengesetzt festgeklebt ob ich hier drin noch mal eine seite gegen kleber entscheide ich dann und dann kann es losgehen mit dem ersten dezember bzw hier vorne mit meiner seite für den ersten was mir aus meinem set dann übrig bleibt an deko kann ich natürlich locker weiter verwenden und auch die stempel die in diesem tollen kreativ set drin sind lassen sich super auf den karten dann verwenden oder auch in meinem advent journal gibt glaube ich auch noch den begriff des dezember daily muss ich aber anders aussprechen aber das kennt ihr schon von mir okay ja das war meine idee mit dem kreativ set ich zeige sich an den nächsten tagen einiges zum kreativ set oder zumindest vielleicht ein paar karten jetzt empfehle ich dir nachdem du mir bestimmt einen daumen hoch gegeben hast oder kommentiert hast oder meinen kanal noch abonniert hast oder auf meine website geschaut hat was da noch tolles gibt schau doch unbedingt bei den mädels aus meinem team beim video hop von stempel maffin familie und friends vorbei und schau dir an ich habe ja schon was gesehen was ist da tolles für dich zu entdecken gibt alles mit den produkten aus diesem set ja hier geht es weiter mit noch mehr ideen und anleitungen und tipps ich hoffe wir sehen uns gleich bis dahin in einem meiner nächsten videos ich freue mich auf dich deine angela von der stempel familie